Was ist? Ich frage mich gerade, ob Fisch vegan ist. Nein! Ein HP! Er hat ihn noch... Ey, da wollte ich gerade zöderchen, da kommst du im Pult zu dir und dann gebe ich ihn ein ARH. Stoff 68 ist ja geil. Ey, das Gold gehört mir nicht mehr daran. Ey, weißt du, was mir gerade passiert ist? Was? Ich habe meine Maus nach rechts gemacht, ein bisschen weit. Da ist mir mein Handy ein bisschen hochgeflogen, dann hat er genau auf meine Hand geflogen. Meine Hand war auf der Maus. Aber? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich selber laufen. Ich habe wohl auch mal eine Pumpe. Ey, mach immer jetzt Sofas kaputt. Da kommen Baren raus einfach auf Sofas. Oh mein Gott, wusste ich ja schon nicht. Nein. Ich wusste es nicht. Nein, wirklich? Ich wusste es wirklich nicht. Nein. Ich wusste es schon vor lange. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war schlecht von mir gespielt. Haben so geholt. Ich bin low. Ey, sollen wir ein Ding skill-duell machen? Nein, ich bin low. Also, warte, ich komme noch kurz. Ich bin anders low. Ich habe mich gerade nicht killdissing. Weil die sind Gegner? Ja. 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 Er hat mit einem Pumpe auf mich gespielt. Jetzt muss ich ihn doch gut schützen. Das ist auch zum Beispiel. Kommt den an. Ja, wo? Hier, zwei Minis. Oh, die Betreuung ist sehr hoch. Das weiß ich. Aber anders. Wusste aber dann. Ey, bei mir ist die Sekundenmarke unten weg. Die Sekundenmarke? Ja, also wenn du den Minis gehörst, der kommt ja immer da unten so am Kreis. Ja. Ja. Das war mir nicht mehr da. Pass auf, der ist im Haus. Okay, er hat mich dick gesnipet. Okay, und ich habe keine Metz. Okay, okay, okay. Ja, ich schiel mich, schiel mich. Einer ist blau. Kommst du selber aus da? Äh, Glühweinung und Agenten ist low. Ja, vielleicht. Ah, da bist du sehr gut. Super. Habt ihr einen? Ah, da bist du sehr gut. Super. Nein, ist erst bei mir. Hier ist dieser Typ. Ah, da ist der Typ. Ah, ist der. Ach, zur Hose. Hakt den? Oh, ich muss nachmachen. Da sind wir beide ruhig. Ja. Okay, er hat nichts dafür, wenn er um sein Leben schwitzt. Also, ich habe nicht geschwitzt. Boah, ist irgendwas Neues? Oh, zwei neue. Drei neue Maps. LoL. Boah, noch. Zwei Stufen. Ey, soll ich mal einen Screen, ich schicke mal eben über den Screenshot, den ich gerade gemacht habe. Achso, den habe ich schon vorhin gemacht, aber ich sage es einfach, ich bin genau bei 2.299 Trophäen. Wie viel Geld hat dieser TikToker Simon bisher mit Spotify verdient? Ich werde niemand so viel erreichen wie ich, egal wie viele Abos. Er hat zwar kein Profil für sich alleine, aber wir rechnen trotzdem aus. Also, alle Streamen zusammengezählt kommen wir auf 7.111.000. Und Spotify zahlt für einen Stream im Durchschnitt 0,003 Euro. Die beiden Sachen multipliziert kommen wir auf 21.333 Euro. Würdest du mich nehmen? Hab ich schon. Okay. Okay. Ihr kennt die Frage, gönnt ihr oder gönnt ihr nicht? Wie viel Geld hat dieser TikToker Simon? Also, ich will nicht. Ey, wie viel, guck mal, wie viel verdient man mit TikTok, wenn man 50 Millionen auf Follower hat? Uff, dafür verdient man anders viel. Childe D'Amelio, die hat 100.000, 100 Millionen, äh, 100 Millionen, ja, Follower. Wie lange gibt's eigentlich schon TikTok? Zwei Jahre. Oder mehr. Doch, drei Jahre, drei Jahre. Drei Jahre und so schnell, jetzt 100 Millionen, boah, das ist voll schnell eigentlich, ne? 100 Millionen. Von Childe D'Amelio Schwester. Das ist doch so wie bei YouTube ab, nur in Abonnenten, ne? Also, bei YouTube sind das dann eher Abonnenten, oder? Ja, äh, äh, aber Childe D'Amelio ist mit Ice and Raid. Ice and Raid, die Scheide, baby. Ach so, wir landen ruhig, wow, okay, dann komm ich. Ach so, wir landen nicht im Toro Kappa. Uff, das andere jetzt kassiert. Lande bei einem benannten Ort, das war echt ne schwere Aufgabe. Hallo. Hallo. Oh, weg mit dir. Hallo. Weg mit dir. Warte. Hast du diesen High Five Emote? Ja. Na, er ist geläftelt, Mann. Lass mal alle Gegner nehmen, und dann, du, ich zeig dir, und du machst dann den High Five Emote, und danach, klatsch ich, wir gehen auf den Po. Klatsch ich ja auch. Warte, ich such dir 5. Such einen Gegner. Und das ist jetzt unsere Mission. Mit einem Stream. Such mal eben kurz. Und das ist das nicht so, was ich mit mir vorzunehmen. Vorher. So, was das jetzt? Auf. Auf. ok ich sag von den deutschen und so ein perfekter ich muss briefkästen zerstören ist die aufgabe vom ob so es sind aber keine briefkästen oder war es einer doch die sagen also steht immer mit zerstörten liefkosten ich wollte sagen gar kein briefkasten haben die ja wohl ein briefkasten im briefkasten bekommst du keine post bei großen paketen ja also so brief und so oder die werden die vielleicht ne die werden doch mal vor die türe gelegt wird ja aber dann kann die niemand glauben wir passen auch wenn wir nicht aufgeschlossen so richtig in der traurig was habe ich getan dass sie mich ganze zeit jagen müssen ich hoffe dass sie gleich wieder wie auf der verheerung nein leben ja noch hoffentlich nicht zu machen wir schaffen zu flippern nicht dann wurde speziell die erste woche dann wieder hat niederstück und schuldig danach hat gar schon ja ich nicht aber weiß ich nicht das ist ein bisschen von mit spiel das ist die Idee an den Menschen mit dem Haus wir hatten doch auch mit dem Mann und danach und zum Ziel noch was tun heute hat alle gewünscht hast du ihn schon katoliert hast du heute mit dem gespielt ich bin echt nieder mann ich hab das ist ohne dich gewinnt aber ich will war ich habe auch wenn ich mir mal so 40 oder 50 abhäger und dann für die dreck wie nicht Ah, aber jetzt sehe ich die Akademie, das war für den. Weil du hast ja nichts gegönnt. Okay. Komm mit, Bruders. Wow. Hey, komm mal, ich hab ein Herz davor. Ich will nicht. Komm, ey, das ist plötzlich gegönnt. Verhelf mir, das ist plötzlich sehr. Für Gespieler, für Solo, was ist das? Die haben voll ja nur ein Dach rum. Oha. Okay, ich hab keinen... Ey, das ist der Angler. Warte mal. Okay, das sind viele Filme verbracht. Oh nein. Warte, ich hab mal kurz einen Freund eingeladen. Okay, wer... Den kennst du? Ja. Wie heißt der? Oh, Hannah. Belehr' ich dich einfach nicht. Sag nicht... Sag du dich zu dem Esel? Oh nee, nicht sehr. Mit dem hab ich mich echt gut verstanden. Ist so. Das hat man sogar gesehen. Fuckin. Mich kannten die Eauwachen an. Ich kannte Hülschuh. 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 Ich bin hier in Lazy. Ich lauf grad durch die Street. Warte. Hä? Hier waren nur zwei Eauwachen. Ich starte kurz... Ich gehe hier kurz durch den Dings. Aber lad den bitte nicht ein. Ich hab auch den Kugel gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Nein, wenn da reinkommt, ich keck ihn. Mit meinen Augen. Geh. Grinch. Du weißt, du bist gerade im Stream. Da auch fünf Zuschauer drin sind. Aber das war noch nicht so viel. Hey, bin ich live? Nein, ich bin live. Es sind fünf Zuschauer drin. Hä? Wir haben 50. Fünf. Wow, 50. Ich hab auch 50 Follower. So, normal, I didn't swim to you. Ich hab auch 50 Follower. Ey, Steine-Atschges-Kartier. Was macht der da? Oh, hier ist ein Gegner. Ach, nee. Das stelle ich mich auf. Ui, yo. Er ist da auf dem Dach. Oh, shit. Das sind doch ziemlich schlechte. Er ist nicht slow, aber er ist nicht kassiert. Eine ist slow. Eine ist dead. Ja, der Anteil ist übertrieben slow. Er geht durch Minis. Admin. So. Oh, er hat Kohl. Ich kann mir Minis. Oh mein Gott, er hat eine Pistole. Oh, nee, 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 nee. Hoffentlich bekomme ich irgendwas raus, was gut ist. Nice, Mad-Kill. Ey, ich hab drei Mad-Kill. Ich hab zwei Kompfene. Nimm, gönn du dir eins. Ja, ich guck mal, ich guck mir leid. Ich hab sie nicht gegessen. Ich hab sie nicht gemacht. Oh, das war ein Blödsinn. Ja, wehe, du kunst die. Ja, so ein 52er. Auaaay, auaay. Einertet. Nen, wieso ist da mal ein Bruder? Wo, wieso lässt du uns an? und sag, wenn du es aufschaffst. Ja. Okay, kann ich nicht Rocket League? Nein. Nein. Was? Ja, okay, dann mach ich einen Rocket League-Stream. Okay. Aber mein Handy hat keiner mehr. Dann guck einfach mal in den Stream. Und schreib einfach da in den Chat. Ich bin nicht angemeldet, das ist immer nix. Das war auch letztes Mal irgendwie mein Blödsinn gekommen. Ja, das war auch noch alt. Ey, sag mal, wie du heißt dann. S-I-M-I-T-T-V. Also Siebit-T-V. Also S-I-M-I-T-C-V. Ja, warte, S-I-M. Warte, ich hab falsch. Warte, S-I-M-X? Nein. Die mixen. Ja, sag nochmal S-I-M-I-T-V. Ja. Siebit-T-V. Oh, nee, gibt's nicht. S? Ja. Also groß ist S? Ja. Ja. Also groß ist S? Ja. M-I-T-V. Ja. Ja. Mit uns ist ganz so viel Bild. Gibt's nicht. Von mir. Oh. Warte, warte, ich guck mal, wirklich schon ab, wo der ist. Warte, ich schick da einfach einen Link. Hey, ist doch der Handy für alle. Ja, ich hab noch 1% nicht angerufen. Hier, Thailand, WhatsApp, schlischlischlischlischl. Hier, hier, zack. Ja, 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 ja. Aber der hört für mich ja gar nicht. Ja, irgendwo, nach halt. Ich glaube, nach der Tür nose in Lille. Ich weiß nicht, weil's nicht wie auch was gekaut keluar ist. Ich will rocken Los, drüben. Ja, wo können Sie walten los明 verkünden offenschen, Rocken Los! Und ich will samm pioneer life. Welche, an to adelanten los mannende von Menschen her.